Lasset uns spielen, die Dungeon besiegen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Das wird ideal passen zu diesem schönen Wetter gerade draußen. Ich werde hier heute einfach ganz schnell meine Abenteuerlust machen, den Dungeongegnern ordentlich den Hintern versemmeln und dann rausgehen ins schöne Wetter. So, was bescheren mir die Server heute? Server 20. Jetzt muss ich schauen, wie ich da den nächsten Dungeongegner angehe. Und, oh mein Gott, ich bin Stufe 8. Nein, ich bin ja schon Stufe 80, ja seit 6 Leveln. Und ich habe den Dungeon-Schlüssel noch nicht gefunden. Ich glaube, ich drehe am Rad. Das ist ja wirklich unglaublich. 6 Level schon, mache ich hier Tavernenquests und finde keinen Schlüssel. Den nächsten gibt es erst ab 95. Beziehungsweise ab 80, aber der fehlt mir noch. Deswegen hänge ich jetzt ziemlich hinterher mit den Dungeons. Ich kann eigentlich... Ich muss ja mal schauen. Vor allem, ich habe hier mal eine Handschuhe, keine Waffe. Medusa der Sümpfe. Ah ja, genau. Die Magierin, die epische. Und hier der grünliche Kremlin. Frechheit. 2200 Geschicklichkeit. 118. Der ist ja unbesiegbar. Ich glaube, den kann ich nicht schaffen. Mir fehlt einfach der Dungeonschlüssel. Ich kann es mal probieren mit meinem Geschicklichkeits-Gear. Da komme ich auf 2225. Schöne Zahl, aber... Ob mir die was hilft? 25 Geschicklichkeit habe ich mehr. Ich meine, irgendwann könnte ich ihn schaffen. Aber das ist schon eine Frechheit. 6 Level keinen Schlüssel. Also man sieht schon, wer die nicht direkt am Anfang immer findet. Alle 10 Level nicht verzweifeln. Keine Sorge. Es gibt immer jemanden, der es schlimmer trauen hat. Zum Beispiel den Chili... Wow! Wow! Hallo! Halligalli, was war das? Ich hätte nie im Leben geglaubt. Ich meine, ich habe zwar mit ganz viel Glück gehofft, aber... Wow! Ich hätte... Ich hätte das nie geglaubt. 52 Dungeons. Und das, obwohl... Mein nächster Dungeon gar noch nicht offen ist. Hier 57 Dungeons. Ein anderer Kunde in meinem Level-Bereich. Aber da weiß man jetzt eben nicht, ob der jetzt schon den nächsten Dungeon offen hat. Hier den Magma-Strom. Hallo! Was war das? Wie habe ich den gerade bitteschön geschafft? Als nächstes... Boah, 124! Unbesiegbar! Du wirst unbesiegbar sein, egal was auch passiert. Dem, 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 die Medusa der Sümpfe ist unbesiegbar. Aber eigentlich ergibt das kein Singen. Singen, dass ich unbesiegbar werden... Ja, egal. Ja, schade, aber... Wow! Das war jetzt eine schöne Überraschung. Das hätte ich ehrlich gesagt irgendwie jetzt so auf die Schnelle nicht geglaubt. Epic gab es natürlich mal wieder keines. Neue Waffe brauche ich dann auch schön langsam. Wenn man hier sieht, 222 Waffenschaden und meine hat 162. Oh mein Gott! Aber mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall mal der Schlüssel. Und ich hoffe, den bekomme ich jetzt dann auch bald. Was haben denn die Handschuhe hier? Ja, das war jetzt mal richtig genial. Nach wenigen Versuchen den geschafft. Und jetzt gibt es... Oh! Jetzt gibt es einen Kampf gegen Dungeonlos. Das ist aber uncool. Eigentlich sollte hier der Raid sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich gegen Dungeonlos nicht gemeldet habe. Wann greifen die denn bitteschön immer an? Da schlafen ja die Leute noch. Das war jetzt eher nicht so gut von mir. Da hätte ich früher in die Gilde hineinschauen sollen. Aber es ist jetzt vormittags. Also gestern am Abend habe ich noch ganz spät hineingeschaut. Egal, jedenfalls haben wir auch den nächsten Raid schon gestartet. Vermutlich jetzt auch geschafft. Und jetzt kämpfen wir hier gegen die Dungeonlosen, die vermutlich gewinnen werden. Einfach weil sie 3, 4, 5 Überflieger haben. Die meinen, dass sie jetzt schon die 100 Dungeons, beziehungsweise 90 Dungeons alle legen müssen. Aber das wird sich dann schon später alles relativieren. Wir können uns den Kampf aber gerne doch ansehen mit ein bisschen überspringen. Denn die Kundschafter-Kriegerkämpfe, die dauern meistens immer ein bisschen. Aber man sieht schon hier vom Level her immer ein bisschen vorne. Ich habe zwar jetzt nicht genau im Überblick. Ah, da haben sie auch sogar noch die Pilze aufgeladen. Das Pilz-Katapult fail. Man kann in jedem Gildenkampf, das funktioniert nicht bei den Dungeons, sondern nur bei den Gildenkämpfen, für je 5 Pilze einen Riesenpilz im Pilz-Katapult aufladen. Und dann wird zufälligerweise irgendein Spieler getroffen und dem werden 50% der Lebenspunkte abgezogen. Und da hat es jetzt gerade schon vorher zwei Leute getroffen. Jetzt mache ich hier nochmal ein bisschen schneller, bis es zum Ende geht. Dungeon-Los hat uns ja schon einmal angegriffen. Da haben wir uns eigentlich nicht so schlecht geschlagen, bis zu den letzten vier Spielern vor. Und da trifft es den Bono nochmal mit dem Riesenpilz. Zum Glück trifft es die Schwächeren, das ist schon mal gut. Ich vermute, dass wir das Katapult nicht aufgeladen haben. Ich finde, das ergibt auch irgendwie... Naja, muss man nicht unbedingt machen. Wenn es keiner macht, dann ist es auch wieder ausgeglichen und fair. Wenn es jeder macht, kostet es immer nur unnötig Pilze. Oh, die Isa-Elder greift hier die Lady Lu an und der Merlinus. Jetzt kommen ein paar Magier. Magier gegen Krieger, jawohl, das wird interessant. Komm schon, das wird... Jawohl, da ging er down und jetzt. Vom Level her wieder sehr ausgeglichen. Also auf S20 wird es da einige spannende Gildenkämpfe geben. Jetzt am Anfang sogar schon spannend, aber später relativiert sich das dann alles noch viel mehr. Da zählt dann wirklich, dass jedes Mitglied 300 Abenteuerlust macht. Hoffentlich auch die besten Tränke immer drin hat. XXL-Tränke und den Flügeltrank. Aber am Anfang ist es ja so eine Sache. Da können manche so richtig mit 180 auf der Autobahn davondüsen, ohne dass die anderen was machen können. Aber man sieht es ja auf sämtlichen Servern. Später wird dann jeder wieder eingeholt. Und jeder kann sich das einfach nicht leisten, sodass Umweltprämie spielen. So, wie viele Leute sind denn in jeder Gilde? Bitteschön, ich klicke da schon recht oft auf Überspringen. Wow, ich lese meinen Namen. Spieletrend. Werde wahrscheinlich leider nur mit 50% Lebensenergie starten. Das passiert mir jetzt hoffentlich zum letzten Mal, denn das ist eher unschön. Das ist mir schon recht peinlich, muss ich jetzt sagen. Oh, ich traue es mir gar nicht ansehen jetzt. Einmal noch nächster klicken und dann starte ich mit 50%. Oh mein Gott. Oh, das bin ja noch gar nicht ich. Aber jetzt. Nein, wie peinlich ist das denn? Unglaublich. Schilling, Schilling, Schilling. Aber wieso, wann starten die bitte Gegenkämpfe? Kann man das nicht zu normalen Zeiten machen? Das ist ja wirklich ein Witz. Eine Frechheit. So, dann überspringe ich hier nochmal ein bisschen weiter. Tessu, Ego und Zipfel, die höchsten momentan. Die sind recht gut dabei vom Level her. Und der Tobi räumt jetzt auch ein wenig auf. Jetzt schafft er schon den zweiten, obwohl der ein Level höher war als er. Nicht schlecht, mein Lieber. Und dem zieht er auch nochmal drei Viertel ab. Jawohl. So geht das schön voran. Jetzt hatte der Kalito richtig Glück hier mit seinem kritischen Treffer. Aber der Ego wird sich schon rächen. Kabum, Kabeng. Und Zipfel jetzt. Jawohl, wieder die letzten vier hier jetzt. Plus Noxlike. Aber diese vier Spieler, das sind die Überflieger des Servers momentan. Die Umweltprämien Rangers sozusagen. Aber das war ein richtig guter Kampf. Vor allem, wenn man noch bedenkt, der Spieletrend hat sich nicht gemeldet. Ganz toll natürlich. Und Gildenärre verloren. 83. Ja, was macht die Gildenärre schon aus? Wir haben den nächsten Raid bezwungen. Ja, soviel zu S20. Auf S14 komme ich bald auf Level 250. Das wird ja noch dauern. Bald zur nächsten Levelbremse. Dann geht es wieder extrem zäh. Oh, das ist auch nicht schön, ein leerer Mana-Tank hier zu sehen. Den wieder langsam, langsam, langsam aufzufüllen, ist schon eine zähe Arbeit. Gegen wen kämpfen wir hier? Gegen die Blood Ravens. Die Blutraben. Oder wie sieht das aus? Dann springe ich doch mal zum Ende des Kampfes. So, bisschen schneller, lässiger Lukas. Der Sam jedoch gerade zum Verwechseln ähnlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Und noch einer. Der John. So viele Leute sind hier schon gerade bei den Blutraben. Arrrr. Der Piratenhaken. Und da versucht er sich an zwei... Hallo, wieso schaffe ich das nicht mehr? So, jetzt aber weiter geht's. Weiter geht's. Und jetzt hat's gestoppt. Aber weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Ja. So, jetzt ist schon langsam das Ende. Jetzt brauche ich nicht mehr hier so viel überspringen. Gohanak. Der Ziegenbart. Und Brandokai. Stufe 189. Das wäre mal erledigt. Verteidigung gegen ÖZB. Die greifen uns schon in etwa 35 Mal an. Und, ja. Also den hier schaffe ich locker. Der hat auch irgendwie keine Tränke drin. Aber die haben einfach zu viele andere Leute. So, aber ich greife jetzt nochmal mit dem anderen an. Wen diesmal das Häufchen. Das Häufchen, Häufchen, Häufchen. Gut, greifen wir das Häufchen an. Greifen wir den... Nein, wen greifen wir an? Wir skillen uns vorher nochmal. Und dann greifen wir den Henguan. Einfach nur so. Einfach, weil ich's kann und sowieso verlieren werde. Oh. Okay, also den Versuch schneide ich, glaube ich, raus. Das ist ja zu peinlich, hier sowas herzuzeigen. Da muss ich hier noch questen, 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 was das Zeug hält. Genauso wie auf den anderen Servern. Da werde ich jetzt eher den Schnelldurchlauf machen. Ja, wenigstens hier bin ich dann bald bei der achten Aura. Geht wenigstens hier voran. Ein Trank und ein Geflügeltrank, den ich mir jetzt nicht kaufen werde. Waffen laden, ein Schild vielleicht oder eine Waffe. 316. Eine Waffe aus der 318. Naja, die ist eigentlich eh nicht so schlecht. Die kann ich ruhig lassen. Hier noch Stärke vielleicht. Und dann ein kleiner Versuch gegen den. Ah, der wird auch nichts. Das ist hammerhart momentan. Der Gnom kann auch nichts. Die Tränke hebe ich mir jetzt auf. Bis es dann wieder so richtig, richtig, richtig weiter geht. Ja, wenigstens eine halbwegs gute Quest. Gildenkampf, naja. S5, ja, fast Level 58. Ich werde jetzt bis 75 in etwa spielen. Dann gibt es das fette Dungeon-Gemetzel. Und jetzt schaue ich noch, weil das die Leute auch immer so interessiert. Auf Server 20. Zum Beispiel ins Postfach. So, schauen wir mal hier. Was ich denn so für Post bekomme. Ich habe jetzt wieder einiges gelöscht. Alles geleert. Hauptsächlich bekomme ich grüne Post von irgendwelchen Level 3 Spielern. Hier zum Beispiel jemand, der nennt sich Spiele-Trend-Help. Dann gibt es Leute wie Spiele-Trends-Marm, Level 1er, die mich dann 25 Mal mit den Pilzen angreifen. Und so ist eigentlich immer mein Postfach voll. Deswegen tut mir leid, weil ich nicht immer direkt antworten kann oder einfach nicht antworte. Dann gibt es zum Beispiel, hier hat mir ein Spieler, der Zylon, ein Level 40er Magier, den Event-Kalender weitergeleitet. Der hier so im Spiel die Runde macht. Das soll angeblich schon alles drinstehen, wann Server 24 startet, Server 21, Server 22, wann es eine Pilzaktion gibt und so weiter. Die Events kann man sich ja selber eigentlich ableiten. Im 2-Wochen-Rhythmus. Und immer wechselt das ab. Pilz, Gold, Epic und Erfahrungspunkte-Event. Aber der Rest, wann die Server genau starten, weiß ich jetzt nicht, ob das schon fix feststeht. Also da gebe ich mal keine Garantie drauf. Hier ist der Event-Kalender jedenfalls, der mir weitergeleitet wurde. Jetzt 5. Genau, da war das Pilz-Event. Dann gibt es das Gold-Event am Wochenende jetzt. Also ordentlich reinhauen. 300 Alu, was das Zeug hält. Dann eine plus 20% Pilzaktion. Das Epic-Event, auf das freue ich mich auch schon. Vielleicht starte ich mich dann auch auf S20 hier mal ein bisschen episch aus. Vielleicht auf Server 14 auch ein bisschen. Denn ich glaube, mit neuen Epics könnte ich auf Server 14 dann schon wieder ordentlich was reißen im Dungeon. Zumindest halbwegs gute Versuche. Naja, da muss ich jetzt noch schauen. Ich werde jetzt mal fix meine Alu noch weitermachen und hoffe wirklich sehr auf den nächsten Dungeonschlüssel hier auf S20. Sä companionермach. Sä 양reich. Sä 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 Untertitelung des ZDF, 2020